ja also das ist so dass mich und ich gegen malke und simon mann und simon brauchen wir zu lange ja wir warten noch wirklich noch keinen so jetzt heiße ich anders als er schon mit der zählte ich meine manche schon geschossen das er kann ich mit so kann sie ich bin noch am pool 3 jetzt vielleicht was an den moment Was ist das mit dem Pool? Ernst gemeint oder? Das war Ernst gemeint. Das ist vielleicht im Pool-Haus oder ich jetzt bei A oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht bei B. Oh Mann, ich hab das gelobt. Oh, Alter. Ich hab den Arsch gerettet. Mai, guck mal nach rechts bitte. Haltet. Ich hab mich echt gerettet. Man kann denken mal öfters. So, Simon. Oh, jetzt ist er knapp. Ah, Schiet veräumt. Ich hab dich doch gerade geklettert. Hä? Ja, bei mir ist halt... Ich bin gerade weggelaufen und dann heftete eine Klette an sie. Und du bist nicht gestorben? Nee. Der Bug. Und... Du hast kein Visier. Nein. Okay. Alter Mann. Es kam aber erst lange, wo ich wirklich gestorben bin von deinem Ding. Ich hab das... Logisch. Aber das hab ich jetzt richtig gebrainfuckt, Simon. Ich klette dich, du stirbst durch meine ACR. Obwohl du schon längst... Obwohl du schon längst... Obwohl du schon längst... ja, ich habe ein anderes Baum. Ich hab das geklappt. Na, Simon. Wie machen wir das jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist jetzt einfach runter und tötest nicht. Nein, Mann. Doch, das machst du. Die Mann. Ich hab so das Gefühl, es kommt schlecht von hinten. Also ich denkst du ist ja nicht noch von vorne. Okay, wie der hat da... Alter, sie wird jetzt fast noch verkackt. Ja, mein letzter Schuss ist Glück. Scheiße. Aber das ist gut, wenn du das Glück gemacht hast. Weil ich dachte jetzt, warte, wie machen wir das jetzt am besten? Springe ich um die Ecke, gucke ich runter, da ist keiner. Aber wenn ich jetzt um die Ecke gehe, dann bin ich bestimmt tot, weil jemand in der Mitte ist. Und dann gehe ich natürlich so durch die Mitte. War ja natürlich viel besser. Versuchen und zerstören. Und ich rede schon viel zu viel. Nein. Besser jemand redet, als keiner redet. Oh, ich kann mich immer noch an einen Zivilkiller erinnern. Natürlich, aber meine Schüsse connecten ja nicht. Die sind ganz knapp an mir vorbei gewesen. Simon? Äh Michi? Scheiße halt, ich war drauf. Wo war der? Ja, bei mir, wo die Bombe war. Ganz knapp. Du weißt Bescheid, Mike hatte die Bombe. Ja. Vielleicht dann muss er da bleiben. Dann hat Simon bessere Chancen. Ja, aber denk schon, Michi guck da nach. Komm, komm. Willkommen. Simon, das ist Michi. Denk nicht so weit. Eskalation. Nee, raus aus dem Internet. Nicht jetzt. Nein. Und Simon? Da kommen echt die CSGO, guck. Einzelschuss? Ja. Auf Distanz ist auch besser, Simon. Glaub mir. Apropos CSGO, wir haben überhaupt eine Runde zu spielen. Ach scheiße, Simon ist da. Nein. Aber ich kann auf dein Bruder. Nein, du auch. Ta-da! Ey, wir haben die Bombe. Die war gut. Ich bin tot. A lang. A lang. Rechts Michi. Hinter dir. War ich nicht. Guter Junge. Simon, du bist drauf. Auf jeden Fall, Simon. Was ist der Stuhl davon? Watch Dogs diesen Monat? Was Watch Dogs? Ja, ich hab ein Schuhlechen probiert. Nein, ich hol's mir ja. Aber was du so erwartest. Ach so. Das ist bestimmt voll geil. Soll ich's mir auch holen? Ja, Maik, wenn ich das hier hole und jetzt play, reicht das ja schon. Ja, aber ich würd's auch gerne zappen. Was ist das überhaupt für ein Spiel? GTA. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Ja, ein Miker. Für besseres GTA. Eine A lang. Oh nein, Alter. Toll, ich bin dran. Bist du tot? Ja. Hab' aber nicht gesehen, wo die sind. Revolution. Sag mal, ich war da, wo du mich vorhin gekehlt hast. Nein. Bei diesen Fahrradständern da. Oh nein. Alter, der war richtig verdammt knapp. Ich war auch ziemlich rot. Drei Schüsse sind getroffen. Simon, ich war im Polizeiauto. Ach so. Scheiße. Ein verfickter Schuss, Alter. Ich hab' den Simon gemacht, Simon. So. Sagen wir mal. So. So, jetzt kommt Maarten. Erst testet sich mal was aus. Oh shit. ventilation, ich hab' denSam. Weitere bei A, nein bei B. an ampul hinten noch heute die vorwärtsschweißer merke schon noch am pool ich hab mir doch nicht meine vorräte geholt er noch am pool 7 mann ich kann aber nicht auf den schießen bleibt doch mal stehen schade wie mache ich das mit mich am besten vor allem nicht immer wieder derzeit zum teufel hat er mich gesehen menschlich macht es nicht so scheiß leben du verficktes arschloch bullshit er schießt irgendwo hin er geht jetzt richtung a es ist bei a aber zu schön gewesen die war perfekt in den lauf simon ich habe es nämlich extra in den lauf geworfen schade aber schon sind schön zentriert ich habe die so vor mir gesehen wie er explodiert ist war wohl gut simon nachdem du gesagt hast der läuft dahin da war klar du musst irgendwo da sein aber wie ist es aber auch nicht die pille wieso ich habe schon nicht getroffen ich habe jetzt mal eine spaz mich hat billiger der wird tot na simon na da sind wir uns gucken kommen er ist da war es bei ich würde es so gerne kommen sie mal aber ich warte auf dich lieber nachdem nachdem nicht schlecht simon ah lang nein ich war bei weber ich dachte ich sag's mal michi michi vor dir gert scheiße knapp du kannst durch die wand verschießen ne michi aber hey nicht da durch die wand wo ist der im haus ah ok ich glaube nicht Michi schießt auf den Balkon nein man keine Chance gegen den Kriegsbord Michi macht jetzt kein 007 mehr sondern 117 naja ja immer wenn man aufnimmt halt boah wer nimmt auf jetzt frage ich mich grad auf ich nein nein Spaß ne in welchem Woche hast du gesagt hast ja herzlich willkommen irgendwie sowas das war mir noch auf Storm da haben wir das alle abgebrochen beide bei A und B ne grad auf der mir war ich auch gesagt ich gegen ja michi versteckt mich einsam jetzt bei A einer ne na sie mal gucken ne ne oh jetzt kommt's nein so na sie mal jetzt komm gucken na sie mal komm du willst es doch du willst es doch auch oh oh Leute ich weiß schon gar nicht ich will schon lange nicht mehr Lo, ich weiß was er macht Ne, vielleicht doch nicht Verarschte mich grad Simon Oh Gott, ich verarsche nicht, glaub ich Nein Dagegenüber vom Pool Nein, da war ich nicht Am Pool war der Ja, ich weiß wo der war, der war hier in der kleinen feuchten Ritze da am Fenster da ganz hinüber den am Spawn noch Ja, 100%ig Das war doch Kevin, mehr hast du Nein Weißt du mal, wir machen unser A-Duell, gell? Ja, hat er gut gemacht Guck mal, ein Doppelschuss Ja, normalerweise brauch ich schon nur 2-Hit mit dem Revolver Sag ich doch Kevin, ich hab dir mehr zugebracht Hehehe Als zu B zu gehen Sowas minderwertiges, wa? Na schade, Mike Oh fuck, Alter, hinter mir What? Bitte Äh, Simon, ich war im Haus drin, aber hab dich nicht gesehen Hä? Hä? Ich hab nur Waffen wechseln gehört Mehr nicht Hat er dem schon im Visier Das B-Duell ist glaub ich nicht so gut Ja, das glaub ich langsam auch Okay, trotzdem Weiter geht's Drauf da Drauf da, drauf da Ich hab den grad gesehen Ich hab den grad gesehen Ich hab den grad gesehen Ich hab mich jetzt Rose getarnt, Mike Ich hab's gesehen Eine liebe Rose Ich hab's gesehen Eine liebe Rose Ja, wie du mit Alter Nein Ja Nein Alter Ich hab's sogar schon nachgeladen Weil ich gedacht hab, ich hab dich schon getötet Okay, jetzt geh ich nicht mehr in das scheiß Haus rein Will ich das auch schon nicht sagen? Doch klar, wenn ich's nicht machen Hä? Ja, das war auch Logik, aber hey Scheiß COD-Logik Messern über Surround, all around Ja, Messern wird übergebracht Das Ziel zerstören Bombe Alarm Hm, Simona? Ja Mike, stopp Shit Ich hab dich in der Mitte gesehen, du Wixer Nein Ich hab's durchgewascht, du ist schon bei B Der war da, wo mich vorher dauernd mit seiner Kimbo abgeschossen hat Da ist jemand Da ist jemand Aha, das ist sehr interessant Ich bin fremdgegangen, weißt? Mit den B aus Da kommt die Flash Oh, fuck, Alter Scheiß auf Mike, der kann eh nix Oh, die kam schlecht Die kam gut, ich wo du wirst geflasht, ohne Oh, Alter Ich hab dich von A lang, ich hab dich von A lang hinten gesehen, bei B an der Garage nach hinten zum Spawn laufen und so wo ich jetzt Mike Ach, schließlich hat kein Flash mehr Oh Aufklärungsdrohne online Glaub ich auch Oh, da ist ein Eis kalt, der muss auch drin Oh 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 Oh, oh Okay, da hab ich's ziemlich geil veraimt, wenn ich das mal so sagen darf Alter, bei mir war's grad in Slowmotion, gell Wie du so zielst, so Ach, Scheiß Ja, da war auch gut drauf, muss man mir ja schon lassen Versuchen und zerstören Weiß ich mich, die hab ich schon nicht alleine gemacht Ja, das ist mir auch klar Aber Mike, wie knapp war die Semme? Schon Na, nicht War vor ne Mauer Simon Shit Na, man hab ich in der Runde schon über 2 Semtex-Kids gemacht, das reicht mir ja schon Alter Alter Von Mike, ne? Äh, Michi, ne? Äh, der ist bei A Der ist bei B im Haus Achso, ja Ich wollt's auch noch Michi ansagen, du bist bei B im Haus, aber was bringt das mir Alter, ich hab voll veraimt Guck mal Du hast mich da runterspringen sehen, ich hab dich grad Weiß, wieso guckst du eigentlich dann raus, wenn ich runterspringe? Ja, der wollte, macht das, äh, nicht das Penny Messer, sondern das Scaled Messer Das Ziel zerstören Ne, ich wollte eigentlich auf R drücken, aber hab eh gedrückt Ja, wir schreit das, Simon Ja, wir schreit das, Simon Hä, du hast zwei Wände Ach, Simon, Mann, ich war grad am Nachhören Du hast zwei Wände Alter, das war's richtig geraten, aber das war's richtig Glück Ja, wie logisch ist'n das? Ja, Mann Wieso muss ich mich... Ah, du kommst immer zum unpassenden Zeitpunkt Simon, du bist Boss B O Z Z Ich hab' dich doch voll behindert, dass man da durch die Wand mit einer Sniper zielt, das war'n weg Was ich daran behindert, das ist ja Realismus Nein, fuck, Alter Okay, jetzt Auch in echt tut man das berechnen, einfach, dass du... Achtung, feindliche Aufklärung ohne gesetzt Aber ich hab' auch noch Aufklärung ohne online Nee, ich die jetzt im Ernst, so ist ein Sniper im Ernst so stark, dass die durch... Natürlich Kaliber 50 Kaliber 50 zersprengt sogar Mauer Du warst tot In der Tat Ich bin kurz fissen Wo ist der Michi? Draußen drin Du siehst mich noch... Ach, wieder mit dem... Der scheißer Kimmel in dem Haus D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Ich probier' jetzt mal den God-Mode Fick dich, Alter NEIN Reden Oh, ich bin grad so weggerannt, Alter So 이름 darfst du jetzt mal sagen, von wo die kam? Keine Ahnung A lang Nein A lang kam die Nein A lang ist noch nicht dabei Alter die war perfekt die war perfekt die gab es in so weit hinten er ist immer ich muss ganz ehrlich sein jetzt nicht sterben können weil die deathcam hatte jetzt die abschusscam die wäre geil gekommen durch kann die nicht alles öffnen vorräte sind unterwegs ex immer noch Leute die lernen nicht dazu oder das 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 lohnt sich ja sagt mir nicht dass es Munition war dass es Munition war natürlich weiß Munition Mann scheiß ist das letzte Runde aber das war grad richtig lack Alter was weiß man sie hat in der LWR in der LWR in der LWR ich sag mich über nur ich habe es ist aber auch scheiße Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.